Der Vortrag, den du jetzt gleich hören wirst, wurde im Original von der Psychotherapeutin Dr. Friederike Meckel-Fischer auf der Breaking Convention präsentiert. Mit ihrer Genehmigung haben wir von Set on Setting diesen Text übersetzt und neu vertont. Dr. Meckel-Fischer therapierte über mehrere Jahre hinweg Menschen mit der Hilfe von psychoaktiven Substanzen, wie zum Beispiel LSD, MDMA oder auch 2CB. In diesem Vortrag spricht sie über ihre Erkenntnisse und Erfahrungen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen. Würdest du in ein Flugzeug steigen, ohne zu wissen, wie hoch du fliegen wirst, wo du landen wirst und was dich am Ankunftsort erwartet? Würdest du wirklich ohne jedes Gepäck losreisen, ohne Begleitung, mit verbundenen Augen? Würdest du glauben, dass dich diese Reise ins Nirvana führen wird? Würdest du ohne Sicherheitsgurt fliegen? Wie reagierst du, wenn das Flugzeug plötzlich zu wackeln und zu schwanken beginnt? Was passiert, wenn es sehr unangenehm wird und du Angst bekommst? Wenn du schließlich davon überzeugt bist, dass das Flugzeug abstürzt und dir das Blut in den Adern gefriert, wem würdest du die Schuld dafür geben? Wen wirst du letztlich verantwortlich für eine schwierige Landung machen? Das Flugzeug? Den Sturm? Die Person, die dir das Ticket verkauft hat? Und wie willst du all das benennen? Eine schlechte Reise? Einen Bad Trip? Es gibt psychedelische Erfahrungen, die dich einer Erleuchtung nahe bringen, bei denen du dich in einem ozeanischen Seinszustand befindest, in Einheit mit dir selbst und dem Universum, in reinem Bewusstsein, Liebe und Frieden. Und es gibt auch die Erfahrungen, die dich einer panischen Ich-Auflösung nahe bringen, wo du dich von dir selbst und der Welt abgekoppelt fühlst, in Leere, in purer Todesangst. Und es gibt viele andere kraftvolle Erfahrungen dazwischen. Diese kommen am häufigsten vor. Erfahrungen, die mit guten Gefühlen verbunden sind, werden bevorzugt und als gute Trips bezeichnet. Die, die mit negativen Gefühlen verbunden sind, werden im Volksmund als sogenannte Bad Trips bezeichnet. Ich bin eine Therapeutin, die LSD, MDMA, 2-CB und Psilocybin für die Arbeit mit Patienten verwendet hat. In diesem Zusammenhang werde ich mich nun auf die negativen psychedelischen Erfahrungen fokussieren und über Folgendes sprechen. Der Umgang mit intensiven, schwierigen, emotional anstrengenden Erfahrungen im Rahmen der psycholithischen Therapie. Ich werde skizzieren, warum eben diese Erfahrungen besonders willkommen in der psycholithischen Therapie sind und wie sie umgewandelt in neue, nachhaltig korrigierende Erlebnisse zur Herausbildung einer authentischen Persönlichkeit beitragen. Widmen wir uns zunächst einigen theoretischen Grundlagen. 1. Funktionen der Substanzen 2. Bewusste und unbewusste Erinnerungen einer Person, wo diese gespeichert werden und in welcher Vielfalt sie in psycholithischen Sitzungen auftreten. 3. Phänomen der Projektion 4. Bedeutung der Triade Dosis, Set und Setting 5. Psycholithische Therapie und deren Zielsetzung 6. Auftauchen schwieriger Lebensereignisse das Durcharbeiten und Hilfsmittel 7. Prinzipien der Aufarbeitung traumatisierender Ereignisse 8. Korrigierende neue Erfahrungen 9. Schritte zur Integration Ganz zum Schluss werde ich alles zusammenfassen und meinerseits ein kurzes Statement abgeben. Die psychoaktiven Substanzen LSD, 2CB und Psilocybin besitzen kein eigenes pharmakologisches Potenzial, was bedeutet, dass sie nicht spezifisch für einen bestimmten Zweck einsetzbar sind, etwa wie Aspirin, was bei Kopfschmerzen helfen kann. Die wissenschaftliche Welt stimmt zu, dass ihre Verwendung nicht gesundheitsgefährdend ist. MDMA hat einige Kontraindikationen und einige Einschränkungen, die bekannt sein sollten. Beispielsweise hoher Blutdruck, Asthma-Medikamente, Beta-Blocker, Antidepressiva oder HIV-Medikamente. Psychoaktive Substanzen erzeugen keine Gefühle. Sie wirken wie Katalysatoren für psychische und mentale Einsichten, die zur Veränderung im Leben führen können. Sie erweitern das bewusste Erleben. Sie erlauben jedes Ereignis in der Biografie eines Menschen, das bemerkt, gehörend, gesehen, gefühlt, gerochen, gemocht, nicht gemocht wurde, an die Oberfläche kommen zu lassen. Sie sind Türöffner zum Unterbewussten. Sie erlauben jedes Ereignis von der Zeugung eines Menschen bis zum heutigen Tag, das vergessen, verdrängt oder dissoziiert wurde, zum Vorschein kommen zu lassen. Diese Ereignisse tauchen mit den damit verbundenen Wahrnehmungen auf, Gefühlen und Körperempfindungen. Psychoaktive Substanzen spiegeln das eigene Leben eines Menschen wider. Die Substanzen graben nur aus, was in einem Individuum gespeichert wurde. Deshalb ist es wichtig anzuerkennen, dass nur das eigene Innere wahrgenommen wird. Psychoaktive Substanzen erleichtern die Begegnung mit sich selbst in jeder Hinsicht. Kraftvolle Erfahrungen passieren zuerst im wirklichen Leben und wirken sich dann auf dieses aus. Ein Bad Trip während einer Sitzung ist nur die Wiederholung einer früheren Realität, und zwar verdichtet, in einer möglicherweise verfremdeten Form. Als dieses Ereignis zuerst geschah, war es, unterbewusst wahrgenommen wie gespeichert, entsetzlich, bedrohlich und gebunden an die subjektiven Begleitgefühle. Dasselbe geschieht übrigens bei intensiven, schönen Erlebnissen. Die subjektive Beurteilung des Einzelnen ist der entscheidende Aspekt und so wird das Erlebnis gespeichert. Je früher solche intensivprägenden Erlebnisse stattfinden, desto stärker bestimmen sie die Wahrnehmung und die Welt eines Menschen und lenken als verborgenes Geheimnis dessen Aktionen und Reaktionen im täglichen Leben. Sie verwandeln sich in Selbstwahrnehmungen wie »Ich bin dumm«. Sie verwandeln sich in Überlebenskonzepte wie »Ich muss Leistung bringen, um geliebt zu werden«. Sie manifestieren sich als Haltungen, Meinungen, Glaubenssätze, die das Leben strukturieren. Sie können zu dysfunktionalem neurotischen Verhalten beitragen, zwanghaften Mustern oder zu Persönlichkeitsstörungen führen und sind die Quelle von Schwierigkeiten in Beziehungen. Wenn sie zu überwältigend werden, werden sie unterdrückt und für Erinnerungen unzugänglich gemacht. Intensive Erfahrungen passieren zu jeder Zeit im Leben. Man verliebt sich zum ersten Mal und die Schmetterlingsgefühle im Bauch werden als Muster eingraviert, nach denen zukünftige Liebesbeziehungen bewertet werden. Lieben und die Fähigkeit, sich vertrauensvoll auf eine Beziehung einzulassen, ist jedoch bereits durch die Qualität der Bindung zu den eigenen Eltern vorbestimmt. Mit Mutter und Vater erleben wir unsere erste Begegnung mit der Gestaltung von Beziehungen überhaupt. Du erlebst einen Verkehrsunfall, überlebst, dein bester Freund stirbt. Der Schock wird eingefroren, im bewussten oder unbewussten Gedächtnis. Je nach Wirkung können die Erinnerungen daran sogar dissoziiert werden. Psychoaktive Substanzen transportieren und enthüllen nur unser bereits vorhandenes psychisches Material. Dieses kann sich während der Sitzung durch Gedanken, überzeugende Einsichten, Bilder, Gefühle, Körperempfindungen oder durch viele verschiedene Zustände des Seins manifestieren. Die Inhalte der Erfahrungen können klar erscheinen und leicht als eigene biografische Szenen verstanden werden. Doch sie können sich auch metaphorisch durch seltsame Bilder zeigen, sodass sie entschlüsselt werden müssen. Auch Lebensereignisse von unseren Vorfahren, so zum Beispiel Kriegsszenen, können als Bilder oder Szenen erscheinen und als epigenetische Phänomene interpretiert werden. Die Inhalte von Erfahrungen können wiederholt auftreten, mit vagen Gefühlen, seltsamen Körperempfindungen, verschwommenen Bildern. Diese sind oft sehr frühprägend, bedeutsam, drastisch, präverbal, sogar intrauterine Vorfälle oder unterdrückte biografische Ereignisse zeigen sich erneut. Auch sie müssen entschlüsselt, dekodiert und in Worte gefasst werden. Manchmal ist dies in der Sitzung möglich, manchmal nur danach. All diese Erlebnisse müssen danach zunächst identifiziert, durchgearbeitet und zum zugrunde liegenden Ereignis zugeordnet werden. Inhalte von stressbedingten Erfahrungen können sich immer wieder in Form von Körperreaktionen herausstellen, wie zum Beispiel schütteln, zittern oder frieren. Die damit verbundenen Gefühle wie zum Beispiel Angst, Traurigkeit oder Einsamkeit können gleichzeitig auftreten oder später in einer anderen Sitzung. Dissoziation zeigt sich meist zunächst durch ein Gefühl der Unverbundenheit, Verwirrung, Unruhe oder durch unspezifisches Unbehagen. Wenn der Klient äußert, dass nichts passiert oder sich über eine zu niedrige Dosis beschwert, ist es dringend notwendig, beim Klienten zu bleiben. Einerseits sollte nun das darunterliegende biografische Ereignis identifiziert werden. Außerdem sollte der Klient vorsichtig dabei unterstützt werden, sich wieder mit den dazugehörigen Gefühlen zu verbinden, bevor das Ereignis erneut durchlebt und schließlich losgelassen werden kann. Zusammengefasst bedeutet das, Erfahrungen während einer psychedelischen Sitzung spiegeln das Innere einer Person wieder, in guten und in schlechten Zeiten. Alles, was du triffst, bist nur du. Leider ist es nicht allgemein bekannt, dass die Inhalte einer Erfahrung nur der Person selbst gehören, die diese erlebt. Wenn der Klient dies nicht weiß, wird er davon ausgehen, dass unangenehme, beängstigende Bilder oder Gefühle im Außen existieren und von außen kommen. Er wird ihre Existenz in sich leugnen und wird sie anderen zuschreiben. Dies wird Projektion genannt. Er wird sich gegen schwierige und unangenehme Herausforderungen, die während der Erfahrung auftreten, wehren. Wenn er nicht ordnungsgemäß durch die wieder auftretende Erfahrung geleitet wird, könnte er sehr wohl genauso auf diese reagieren, wie er es auch tat, als sie erstmalig geschah. So könnte der Klient in eine Retraumatisierung stolpern. Die Wahrscheinlichkeit, vermeintlich verrückt zu werden, steigt nun. Schreckliche Bilder, Gefühle wie Angst, Furcht oder Beklemmung, Todesangst oder Gefühle der Leere sind generell unerwünscht. Sogenannte negative Gefühle werden also abgelehnt und bekämpft. Dies führt jedoch zur Verwirrung und die innere Situation verschlimmert sich. Bilder, die als von außen kommend interpretiert werden, heißen Halluzinationen, etwas sehen, das nicht da ist. Wenn diese als beängstigend interpretiert werden, bekommen viele Menschen Angst vor ihrem eigenen Inneren Erleben. Wer nicht in das Phänomen der Projektion eingeführt wurde und nicht ordnungsgemäß begleitet wird, kann also schnell einen sogenannten Bad Trip bekommen. Neben noch weiteren Voraussetzungen beginnt ein wirklich guter Bad Trip aus der Projektion. Die primäre Grundlage für eine wirksame psycholithische Therapie besteht darin, die Anforderungen an Dosis, Set und Setting zu erfüllen. Die Dosis einer bekannten Substanz sollte genau auf die Bedürfnisse des Klienten abgestimmt werden. Es gilt das Prinzip von Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Auch die bisherigen Erfahrungen des Klienten und dessen Intention müssen mit einbezogen werden. Das relevante Merkmal des Klienten ist das Set, also das Mindset. Er muss vorbereitet sein, eine Intention haben und sich sicher fühlen. Im Verantwortungsbereich des Therapeuten liegt das Setting. Seine Professionalität und das Ambiente, das er bietet, müssen zur Intention passen. Dosis, Set und Setting sind das Herzstück der psycholithischen Therapie. Die Substanzen evozieren den inneren Heiler, ermöglichen den Kontakt mit kollektivem Wissen oder rufen mystische Erfahrungen hervor. Die psycholithische Therapie öffnet das Unbewusste, erhält es und hilft, das authentische Selbst zu finden. Sie ebnet den Weg zur Integration des als schwierig wahrgenommenen. Das Hauptziel der psycholithischen Therapie ist eine Veränderung des Lebens zum Besseren. Die Integration geschieht durch die Aufarbeitung jeder Art von psychischer Störung oder Verletzung, von schmerzhaften Erfahrungen, traumatisierenden Ereignissen und deren Nachwirkungen, sowie die Aufarbeitung posttraumatischer Belastungsstörungen und Neurosen. Es ist sozusagen die Wiedereingliederung von dissoziierten Teilen der Persönlichkeit. Insofern unterscheidet sich die psycholithische Therapie nicht wesentlich von der konventionellen Therapie. Nach dem Aufstieg aus dem Tal der mentalen Vernebelung wird man sich plötzlich seiner verworgenen Qualitäten bewusst. Dies ist der Moment, um die laufenden Studien mit MDMA zu posttraumatischen Belastungsstörungen überall auf der Welt zu erwähnen. Das Wiederauftauchen von schwierigen emotional-intensiven Erfahrungen ist in der psycholithischen Therapie sehr willkommen. Die Substanzen ermöglichen den Zugang zu verborgenem Material, die nicht mehr Teil des bewussten Gedächtnisses waren. Der Prozess sieht vor, dass der Klient noch einmal das erlebt, was die Substanz an die Oberfläche fördert. Auch über bereits bewusste Erinnerungen kann ein tiefes Verständnis erlangt werden. Darüber hinaus könnte der Klient die Wurzeln seiner Sucht erkennen. In einem kontrollierten Setting sind schlechte Erfahrungen aus der Vergangenheit höchst willkommen. Ein fortgeschrittener Klient könnte seine Integration eben darauf richten und sich der Erfahrung stellen. Auf diese Weise beruhigt er den Drachen und seine böse Macht nimmt durch dessen Transformation ab. Unser Held kommt mit ihm in freundschaftlichen Kontakt, zähmt ihn. Die Kette, die die beiden miteinander verbunden hatte, löst sich auf und der Drache verwandelt sich in eine enorme Kraft, die vor Angst erstarrt ist. Frühere Erfahrungen treten manchmal spontan auf. Dann sollten sie auch auf dieselbe Weise behandelt werden. Der Prozess folgt im Allgemeinen der analytischen Regel Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten. Das auftauchende Erinnerungsmaterial bestimmt das Werkzeug. Ein Werkzeug ist die Selbstbeobachtung des Klienten in seinem Prozess, verbunden mit dem Einprägen der Antworten und Erkenntnisse. Ein anderes Werkzeug ist der Therapeut. Er spricht oder hört zu, stellt oder beantwortet Fragen. Der Therapeut leitet den Klienten durch schwierige Momente, mit oder ohne Körperkontakt und Worte. Auch die modifizierte Familienaufstellungsarbeit eignet sich dazu, sich durch das Verständnis über die verborgenen Mechanismen seines Systems, über seine Epigenetik oder generationsübergreifenden Traumata wieder mit sich selbst zu verbinden. Die sogenannte Lebenskörperarbeit im Wie-im-Jetzt-Modus bietet sich für das Durcharbeiten eines traumatisierenden Ereignisses an. Ein weiteres Werkzeug ist die Interaktion und Unterstützung innerhalb der Gruppe, welche die Welt repräsentiert. Und es gibt Musik, die durch verschiedene Emotionen leitet. Schwierige Erfahrungen müssen vollständig zum Vorschein kommen. In der Phase der Integration werden sie durchgearbeitet, verstanden und auf der Ebene des Körpers, des Geistes und der Seele angenommen. Das traumatisierende Ereignis hängt mit der Wahrnehmung, der Reaktion und den damit verbundenen Gefühlen des entsprechenden Moments zusammen. Wann immer ein Trigger wahrgenommen wird, treten unbewusste Assoziationen auf und das System reagiert auf seine spezifische Art und Weise. Um diese zu überwinden, muss die Verbindung zwischen dem identifizierten traumatischen Erlebnis und den damit verbundenen Emotionen durchtrennt werden. Für diesen Cut ist ein Umfeld des Vertrauens erforderlich. Für das Nacherleben des Ereignisses soll das Erwachsene Selbst des Klienten in Kontakt mit dem Therapeuten bleiben. Der andere Teil des Selbst, das verletzte Kind, bleibt in Kontakt mit seinen Gefühlen und seiner Wahrnehmung. Indem das Ereignis noch einmal erlebt und anerkannt wird, dass es vorbei ist, wird die Trennung vollbracht. Dies könnte beispielsweise durch folgende Sätze des Klienten ausgedrückt werden. So ist es gewesen, jetzt ist es Geschichte. Ich kann daran denken und darüber sprechen, ohne mitgerissen zu werden. Um eine nachhaltige Veränderung im Leben nach dem Prozess zu erreichen, muss der Klient neue Verhaltens-, Denk- und Wahrnehmungsmuster entwickeln. Diese muss er üben, um seinen Alltag neu zu strukturieren. Korrigierende neue Erfahrungen können sich als tiefe Einsichten zeigen, die man fühlen und lieben kann und die einem sagen, du bist nicht allein auf dieser Welt. Der Mut, sich zu öffnen und dabei nicht verletzt zu werden, das zu tun, ist eine weitere, heilende, korrigierende neue Erfahrung. Vollständige Integration bedeutet Ankunft in einem erwachsenen Zustand des Seins. Dies geschieht in mehreren Schritten. Der erste findet während der Sitzung selbst statt, in dem das Trauma rational und emotional losgelassen wird und nicht mehr auf dessen Inhalte reagiert wird. Darüber zu sprechen, ein Protokoll zu schreiben und die therapeutische Sitzung dazwischen repräsentieren die Meta-Ebene. Dies ist die zweite, dritte und vierte Stufe der Integration. Die fünfte ist die Achtsamkeit im täglichen Leben, um Spuren zu entdecken von alten Reaktionen, verbunden mit dem Mut, sie zu ändern. Wenn sich zum Beispiel Wut in Gelassenheit verwandelt, werden unterdrückte Gefühle ein integraler Bestandteil der Persönlichkeit. Dies ist die sechste Stufe. Ein Teil davon ist die Integration der Schatten. Diese führt zu einem leichteren Leben mit weniger Projektion. Vergangene Bed-Trips im alltäglichen Leben führen zu Leiden und zu Kämpfen. Um dem ein Ende zu setzen, wollen wir sie in der psycholithischen Therapie auflösen. Die Türöffner zum Unterbewussten erleichtern deren lebhaftes, erneutes Aufwachen. Die Substanzen, das eigene Durcharbeiten und die Werkzeuge dafür ermöglichen die Auflösung, sodass eine Korrektur durch neue Erfahrungen geschehen kann. Im Laufe der Zeit entsteht durch die Integration eine authentische Persönlichkeit. Bad-Trips sind Stolpersteine, die sich in Sprungbretter verwandeln können. Ein letztes Wort. Ich bin mir sicher, dass du jemand bist, der bedeutungsvolle psychedelische Reisen bevorzugt, anstelle von unbedeutsamen Spaß-Trips. Du wirst das Reiseziel und die Route sorgfältig auswählen und nicht die billigste, sondern die beste Fluggesellschaft wählen. Deinen Koffer packst du funktionell und wirst auch auf stürmisches Wetter eingestellt sein. Vielleicht kannst du sogar einen Partner oder einen Reiseleiter mitnehmen. Ich nehme an, du wirst dich auf eine Reise begeben, um deine innere Entwicklung voranzutreiben. Vielen Dank. Dieser Vortrag wurde auf der Breaking Convention von der Psychotherapeutin Dr. Friederike Meckel-Fischer präsentiert. Dr. Meckel-Fischer therapierte in den 90er Jahren Menschen mit illegalen psychoaktiven Substanzen wie MDMA, 2CB oder LSD. Über mehrere Jahre hinweg veranstaltete sie am Wochenende geheime Gruppensitzungen mit sorgfältig ausgewählten Klienten. Wenn du mehr von ihrer Geschichte hören möchtest, schau gerne einmal in den ersten Link in der Beschreibung. Dort findest du eine unserer bisher spannendsten Folgen des Set & Setting Podcasts, nämlich die Episode 19 mit Dr. Friederike Meckel-Fischer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest etwas Hilfreiches für deine eigene Reise aus diesem Vortrag mitnehmen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Video und bis dahin. Ciao.